Es gab Heilige, aber auch Bischöfe, die vom aufgebrachten Fußvolk mit Mistgabeln aus der Stadt vertrieben wurden. Die Geschichte Kölns und seiner Erzbischöfe, die füllt viele bunte Bände. In dieser Woche hat der Vatikan ein ganz neues Kapitel hinzugefügt. Ein Erzbischof, der zwar offiziell im Amt bleibt, dem aber alle Amtsgewalt entzogen wird. Das ist ein echtes Novum. Während Kardinal Woelki eine geistliche Auszeit einlegt, muss der neue päpstliche Administrator Schwerstarbeit leisten. Denn diesem Neuempfang wohnt kein Zauber inne. Er wurde vielmehr aus der Not geboren. Das krisengeschüttelte Erzbistum am Rhein soll nach römischen Willen nämlich nicht nur weiter verwaltet, sondern auch versöhnt werden. Eine wahre Herkulesaufgabe für den bisherigen Weihbischof Rolf Steinhäuser. Der ist kein Zauberer, aber eben auch kein Zauderer. Er hat jede Menge seelsorgerische Erfahrung auf dem Puckel. Und er weiß, wie Leitung funktioniert. Und er traut sich, eine eigene Meinung zu haben. Und wenn nötig, dann sagt er sie auch. Nicht immer sofort laut in den Medien, aber klar und deutlich. Sie werden von mir hören. Das hat er in seinem ersten lebensnahen Grußwort den ihm anvertrauten Gläubigen signalisiert. Nein, das ist keine Drohung, sondern eher ein Versprechen. Denn Steinhäuser hat gleich am Anfang deutlich gemacht, dass die römische Versöhnungsaufgabe auch eine Überforderung sein kann. Wer den neuen Mann an der Spitze kennt, der wird ihn nicht unterschätzen, sondern wissen, hier nimmt einer im steinigen Weinberg des Herrn in Köln mutig den Flug auf und schaut jetzt primär nach vorne. Keine schlechten Voraussetzungen für die neue, nötige Spur, für die gerade Spur im Erzbistum Köln. Ingo Brüggen-Jürgen für DOMRADIO.DE